Heute möchte ich mit euch wieder was Veganes testen und zwar vom Vimondo die Vegan Tortellini mit Fleischalternative. Die gab es jetzt auch mit vegetarischer Füllung, aber ich dachte Leute, wenn wir vegan testen, dann nimm doch einfach was mit Fleischalternative, denn das finde ich persönlich immer besonders spannend. Ich hoffe ihr auch. Ja und jetzt begrüße ich euch erst einmal recht herzlich. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu diesem neuen Foodtest. Und ich bin gespannt, wie die so schmecken. Wir starten mal direkt in die Großaufnahme. Ja und hier einmal die Vegan Tortellini von Vimondo für euch in der Nahaufnahme. Moment, kleiner Frosch im Hals. Das Ganze dauert drei bis vier Minuten in der Zubereitung. 250 Gramm sind drin. Für mich war das ja kostenlos mit meiner Lidl Plus App. Das Ganze ist auf Basis von Haferflocke und Gemüse. Ach so, ja da habe ich jetzt was anderes gedacht. Ich dachte, da wäre jetzt so eine Fleischalternative halt drin statt Gemüse, wenn ihr jetzt versteht, was ich meine. Aber egal, das muss ja nicht heißen, dass es nicht schmeckt. Ah, hier ist ja auch Gemüse drauf abgebildet. Hätte man auch drauf kommen können. So. Tortellini. Frische Teigwaren mit einer Füllung mit Fleischalternative. Die meinten halt eine vegetarische Füllung. Okay, obwohl daneben auch noch vegetarische waren. Also deshalb habe ich gedacht, die wären jetzt mit irgendwas Fleischalternativen halt gefüllt. Zutaten. 60% Teigwaren, Hartweizengrieß, Wasser, Sonnenblumenöl, färbendes Karottensaftkonzentrat. Ja, ist ja kein Ei drin. Muss man anders die Farbe bekommen. 40% Fleischalternativfüllung, bestehend aus 7,2% Haferflocken, 5,2% Zwiebeln, 4,4% Karotten, 4,3% gehackten Tomaten in Tomatensaft. Das finde ich gut. 3,6% Tomatenmark, das doppelt konzentriert ist. Rotwein, Kokosöl, getrocknete Kartoffeln, Sonnenblumenöl und Sammelbrösel. Dann natürlich Aromenspeisesalz, Weizen, Halmfasern. Ach, was da nie immer alles drin ist. Schon spannend. 0,5% Knoblauch, Gewürze, Kräuter. Ich bin begeistert. Hier sind tatsächlich keinerlei Aromen drin. Finde ich super. Dann haben wir auf 100 Gramm 256 Kalorien, 5,8 Gramm Fett, 3,2 Gramm Zucker. Der Rest der Kohlenhydrate kommt aus all den anderen guten Sachen. 4,7 Gramm Ballaststoffe, denn da ist ja viel Eiweiß drin. Auch die Flohsamenschalen enthalten viel Eiweiß. 7,4 Gramm Eiweiß. Ich meine, die Flohsamenschalen enthalten viele Ballaststoffe. Und Salz haben wir 0,83 Gramm. Ich werde die jetzt mal zubereiten. Und dann werden wir die probieren. Drei bis vier Minuten soll man die kuchen lassen. Ich bin gespannt. Ich bereite die zu und dann sehen wir uns wieder. So, hier seht ihr einmal die gekochten Tortellie. Oh, die sind noch ein bisschen warm. Sie sind leicht rötlich unten drunter, weil die ja mit Tomate gefüllt sind. Und das riecht man auch tatsächlich. Wir schneiden mal einen an und gucken rein. Ein bisschen schwierig, aber das geht schon. So, ich fuckel das mal auf. Dann kann man auch mal richtig reingucken. So, einmal scharf stellen. Bitte geht doch. Das ist die Füllung. Und ich bin jetzt tatsächlich ganz gespannt auf den Geschmack. Los geht's. So, ihr Lieben. Und jetzt wird natürlich auch probiert. Ich schnuppere mal nochmal dran. Sehr schöner, zwiebeliger, tomatiger Geruch. Bin ich sehr gespannt. Da der hier schon auf ist, werde ich mal gucken, ob ich nur die Füllung rausbekomme für den Geschmack. Perfekt. Dann probieren wir die nämlich mal als erstes. Ist nicht schlecht. Aber sehr dezent gewürzt. Es kam jetzt eigentlich weder die Tomate richtig raus, aber die Zwiebel, der Zwiebelgeschmack ist da. Es fehlt so ein bisschen mehr Pepp. Aber in der Kombi mit der Nudel ist das wirklich gut. Und weil das Nudelwasser ja gesalzen ist und sich schön auf den Tortellini absetzt, finde ich die tatsächlich sehr schmackhaft. Hm. Die würden von mir tatsächlich eine Kaufempfehlung bekommen. Hm. Die Packung habe ich leider in der Küche. Weil ich die heute Mittag ja noch verkochen will mit meinem Spinat und dem Lachs für die Food-Inspo. Aber wie gesagt, also die kann ich tatsächlich empfehlen. Ist ganz gut, dass es innen nicht so gewürzt ist, weil mit der Nudel zusammen ist es salzig genug. Und komischerweise bekommt man dann auch mehr Geschmack so von der Tomate und die Zwiebel schmeckt man raus. Das Produkt kann ich euch wirklich empfehlen. Und man merkt hier überhaupt nicht, dass hier irgendwie ohne Ei gearbeitet wurde. Ich finde die super. Würde ich mir tatsächlich wieder kaufen, wenn sie in meinem Angebot sind oder so. Klarer Daumen nach oben. Super Ding. Kennt ihr die schon? Oder habt ihr irgendeine andere Alternative mal probiert zu den richtigen Tortellini mit Ei? Haut es mir mal in die Kommentare. Wäre spannend zu wissen. Schönen Tag noch, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.